Und meine Mutter sagt, wenn du hast ein Problem, dann löse es. Wenn du kannst das nicht lösen, dann mach kein Problem daraus. Oder wie mein Opa immer gesagt hat, jedes Problem kann man lösen, entweder mit Geld, Exil oder Sprengstoff. Das sagt er heute noch. Ich sage, Opa, das ist Schwachsinn. Was ist, wenn du anstrengende Eltern hast? Wie löst du das Problem? Geld. Was ist mit nerviger Ex-Frau? Sprengstoff. Was ist, wenn du einsam bist und sag jetzt nicht, ich soll mich in die Luft jagen? Nein, das wollte ich nicht sagen. Aber es ist interessant zu sehen, wie dein Verstand funktioniert.